Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Stacklands. Wir stapeln weiter und kaufen hier noch Waffen. Kann man ein, kann man die mal irgendwie... Ich räume hier gerade um. Oh, unser Bewohner ist fertig, das machen wir zuerst. Wir machen mal einen Keulenmenschen. Hier, Hasenohren, Keule, Schild, gibt ein Krieger. Den hat man noch nicht. Interessant. So, warte mal, ich wollte die Münzen kurz umsortieren. So, Waffenkammer 13, noch unentdeckte. Ein Skelett. Können wir gleich mal unsere volle Power ausprobieren. Hoppala. Attacke, Autoskelett supri. Hat ja gar keine Chance, das arme Skelett. So, was haben wir denn hier bekommen? Ein Wald-Amulett. Du spürst, wie die heilende Kraft der Natur dich umströmt. Wir sollen es auf jeden Fall mal bauen, würde ich sagen, oder? Zwei Goldbahnen. Ja gut, dann... Das weiß ich noch gar nicht, wie das geht. Noch ein Skelett. Hot Hockey. Hot Hockey. So, das arme Skelett. Was war das Skelett? Ein Bumerang. Drei Brett, eine Schmiede. Kehrt immer zu dir zurück. Hm. Bei Brett, eine Schmiede. Das war alles? Achja, interessant. Wir machen mal eine, würde ich sagen, oder? Ein Froschmann. Mitten im Kampf erstmal Milchshake reingezogen. Der hat uns vergiftet, der blöd Arsch. Wie können wir das heilen? Hm. Was haben wir hier? Magischer Wälzer. Oh, Kampfstufe 11. Oh, warte mal. Eine Karte. Wo sollen wir denn eine Karte? Okay, haben wir noch nicht. Knochenmorgenstern. Okay. Ähm. Ein Knochenstab. Stufe 4. Okay. Ein Wälzer. Hm. Hm. Interessant. Magischer Stab. Ja gut, das wissen wir schon, oder? Ne, war mal magischer Stab noch nicht. Zauberstab hatten wir. Äh, ich seh nicht mehr durch. Magischer Stab, der ist neu. Magischer Staub, Holz und Schmiede. Ist das in Kampfstufe 8? Oder ist das hier der Zauberstab, den der eine von uns schon hat? Ne, das ist der Schwert. Wo ist denn hier? Auch nicht. Verkauft eventuell. Ich habe ja keinen anderen Zauber, oder? Ne, der Ring. Egal, wir stellen einfach noch mal einen her. Naja, hier haben wir einen Bumerang. Das ist Stufe 3. Das ist jetzt nicht so berühmt. Magischer Staub plus Holz. Magischer Staub plus Holz. Ne, ist ein Brett. Entschuldigung, das war das falsche. Haben wir überhaupt noch Holz? Wir haben kein Holz mehr. Wir brauchen mal jemanden im Holzfällerlager. Brauchen wir ein Holz. Das klingt auf jeden Fall ganz gut. Vor allem können wir das auch herstellen von den Leveln. So. Plus eine Schmiede. Okay, schauen wir mal. So, jetzt brauchen wir wieder Kohle. Wir haben nicht mehr genügend Kohle. Schauen wir da raus. Kohle, 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 Kohle. Kann man eigentlich Kohle herstellen? Im Ofen eventuell? Wenn man einfach ein Holz reinballert? Noch nie probiert. Magische Stufe 5. Warte mal, was haben denn unsere Mages? Der hat eine Dreier. Zauberer. Ah, Moment. Magier und Zauberer. Es gibt noch einen Zauberer. Sehr interessant. Okay, cool. Eisenerz muss in die Schmelzhütte. Weißt du was? Dann bleibst du im Holzfällerlager. Vergiftung mit Kohle. Ich wurde gespoilert. Es tut mir leid, Shit. Scheint aber nicht wirklich zu helfen, oder? Warte mal. Oder ist das ein Zeitding? Okay, Vergiftung können wir heilen. Naja. Tu mal so, als hätte ich es nicht gelesen. Yummy. Ey, im nächsten Portal gehen wir rein. Würde ich sagen, oder? Oh, wir haben keine Erdbeere, Möhre, Zwiebel, Dings, Bums. Wir bräuchten halt irgendwie einen Huhn. Da müssen wir uns vielleicht doch mal einen Huhn besorgen. Dass wir... Die Cantini ist nämlich leer. Kann man hier was kombinieren? Irgendwie Zwiebeln und Pilze? Plus Kartoffeln? Plus Ofen? Nö. Äh, Zwiebeln und Kartoffeln. Ist doch lecker hier Bauernfrühstück. Auch nicht. Schade. Was haben wir denn an Nahrung? Da. Frittata ist Ei und Kartoffeln. Eier kriegen wir zu unregelmäßig. Hm. Milchshake ist klar. Außer Milch und Erdbeeren. Kriegen wir auch hin. Omelette. Lagerfeuer, zwei Eier. Bräuchten wir noch Hühner. Und einen Eintopf, Kartoffeln, rohes Fleisch, Zwiebeln. Ah. Ein Eintopf. Moment. Ein Lagerfeuer ist ja der Ofen. Kartoffeln, rohes Fleisch. Das heißt, wir müssen irgendwie Fleisch produzieren. Wir brauchen Hühnchen. Wir brauchen Hühnchen. Wie viel haben wir noch? Neun. Oder wir müssen mal was verkaufen. Was können wir denn verkaufen? Was haben wir denn hier? Die hebe ich mal auf. Drei. Da den Morgenstern-Typ, den Krieger, will ich auf jeden Fall noch haben. Dann verkaufe ich mal den Bumerang. Ich weiß, die Axt können wir gebrauchen. Aber wir brauchen die jetzt gerade mal, um Kohle zu machen. Ähm. Und ich verkaufe den Ring. So. So, wir haben jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das sollte eigentlich reichen für den nächsten Angriff. Okay. Ich hätte gerne ein Hühnchen. Wo kriege ich das raus? Kann hier ein Hühnchen raushauen? Kaninchen? Huhn? Ja. Hier auf jeden Fall. Achso, haben wir nicht genügend Kohle. Wie fehlt uns da noch? Zwei. Hm. 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 So. Ein Hase. Es gibt Fleisch. Können wir auf jeden Fall auseinander nehmen. Den Bärenbusch, der kann da rein. Die Erdbeere kann hier rein. Wir haben auch noch zwei Beeren. Wir haben aber keine Milch. Die heben wir mal hier auf. Und den Fels, der interessiert mich nicht. Wobei, wenn wir ihn auseinander nehmen können, kriegen wir nochmal Kohle, ne? Da ist noch ein Dings. Da machen wir jetzt aber dann das Fleisch draus. Also, der Eintopf war. Hm. 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 Also, Eintopf ist Fleisch, eine Kartoffel. Hm. Hm. Zwiebel und Karotte. Schluss. Ofen war. Ja. Sieht so aus. Da ist noch eine Möhre. Das ist ein Huhn. Nice. Ab da rein. Kriegen wir regelmäßig Eier. Und den nehmen wir auseinander. Wobei, die können wir mal aufteilen. So. So. Und den Baum, der interessiert mich nicht. Gut, auf der anderen Seite können wir Holz auseinander nehmen, ne? Und würden dann mit dem... Achso, so geht's nicht. Würden damit Kohle machen. Also Kohle. Stimmt, wir können auch mal Kohle herstellen im Ofen, dann. Wäre auch nöbel wegen. Alter, jetzt explodiert mir hier alles. Aber wir können auch ein paar Ziegel verkaufen. Bringt auch gut Geld. So, jetzt haben wir Kuh und Huhn. Jetzt haben wir regelmäßig Eier und Milch. Das ist ja schon mal viel wert, ne? Weil der Eintopf... Omelette können wir damit machen. Ja gut, Fleisch bräuchten wir noch. Aber das machen auch, glaube ich, die Hühner, wenn sie sich vermehren. Meine ich. Also die Hühner machen kein Fleisch. Ihr wisst, was ich meine. Wenn wir sie schlachten. So. Guti. Dann... Wie viel haben wir noch? 10. 15. Wir brauchen mehr Geld. Was bringt uns denn schnell Kohle? Ich hoffe, demnächst kommen wir am Portal. Habe ich irgendwie Bock drauf, jetzt nochmal da rein zu gehen? Achso, nachpflanzen. Fast vergessen. Ja gut, wir können Stöckchen machen, ne? So. Die bringen uns auf jeden Fall Kohle, wenn wir die einzelnen Stöckchen verkaufen. Und Milch plus Erdbeeren bringt uns auf jeden Fall wieder Essen. Schmelze plus Eisen. Ne, jemand Eisenstange ist... Haben wir gar nicht mehr gehabt. Essen. Milch plus Erdbeere. Hier, Eintopf. 10 bringt das. Boah, krass. Aber ich glaube, der Aufwand rechnet sich nicht. Weil wir immer Fleisch brauchen. Boah, ein seltenes Portal. Aber die sind alle krank? Warum sind die alle krank gerade? Mit was habe ich die denn vergiftet? Mit was habe ich die vergiftet? Wollen wir da reingehen? Was haben die denn gerade hier für einen negativen... Eine herzhafte Mahlzeit hat gut getan. Ach, das ist gar nichts negativ. Das heißt nur, dass sie gesättigt sind. Oder? Das wird es sein. Weil die leckere Sachen gegessen haben. Na gut, dann gehen wir jetzt aufs Portal. Ich probiere das jetzt. Das ist die Folge, wo wir aufs Portal gehen. Ich stack die jetzt erstmal. Alle da? Unser Bauarbeiter noch. Mindestens ein Dorfbewohner muss auf dem Festland bleiben. Warte, 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 Pause. Wer bleibt denn da? Der 10er Mage. Magier. Lassen wir noch einen hier? Einen billigen. Hier, den hier. Machen wir hier schon mal Nachwuchs, wenn es schief geht, oder? Wohin, den werden wir brauchen. Wir werden ihn brauchen. Okay. Du kannst sieben durchs... Okay, ich kann nur sieben durchs Portal nehmen. Okay, Pause. Ich meine, der Krieger ist doch bestimmt nicht schlecht. Der ist zwar nur mit 10 Leben, aber dafür kann er sich wahrscheinlich gut schützen. Dann lassen wir einen 15er hier und ich würde sagen, so eine normale Miliz. Die können schon mal ein Kind machen. Falls die Eltern nicht aus dem Krieg zurückkommen. Hä? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ab durchs Portal. Ja, ich will durchs Portal reisen. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Wir sind im Dunkelwand. Cool. Es erscheint eine alte Frau. Hallo, alte Frau. Guten Tag, Reisender. Jetzt, wo sie sich nähert, sieht sie überhaupt nicht mehr aus wie eine alte Frau. Sie ist eine böse Hexe. Was, mit 300? Ach du Scheiße. Du bist gekommen, um Rache zu üben, aber mich besiegst du nie. Achso, okay, alles klar. So, warte mal, das sind Fernkämpfer. Fan-Kämpfer, da brauchen wir einen Nah-Kämpfer in der Nähe. Kann ich nicht sortieren? Achso, dann mache ich Kampfbreit. Da, da, da. Very effective. Ich dachte, Fan-Kämpfer sind... Okay, die sind nicht effektiv. Dann auch Fan-Kämpfer. Haben wir noch einen Mage? Ah, Mage, sehr effektiv. Okay, dann... Sehr effektiv. Wo ist unser zweiter Mage? Da. Sag mal, können wir das mal bitte... So, jetzt. Very effective, very effective. So, der Nah-Kämpfer... Machen wir noch einen Fern-Kämpfer mit hin. Ja, Ninja ist sehr effektiv gegen den. Okay, so müsst ihr gehen. Die böse Hexe. Du bist meinem Lakaien... Was? Du hast meinen Lakaien siegt, aber ich habe noch viele weitere. Ach, du Scheiße. Möchtest du die nächste Welle bekämpfen oder fliehen? Ich will die zweite Welle bekämpfen. Wir haben eine Armbrust gelernt. So. Zauber gegen Fan-Kämpfer. Tauschen wir hier die Plätze, wenn das geht. Okay, ich mache dich kampfbereit. Nein. So. Nee, nicht sehr effektiv. Die wahrscheinlich. Ja, genau. Also, Fern-Kämpfer gegen die Bogenschützen. Der ist Fern-Kämpfer. Wollen wir noch einen Fern-Kämpfer? Hier, den. So. Very effective, very effective. Passt. So, der Mage ist sehr effektiv gegen den Mosquito. Und hier müsste man noch einen Fern-Kämpfer haben. Haben wir aber nicht. Auch gegen sehr effektiv. Okay, dann kommt der Berserker hier noch da drüben hin. Nee, das ist nicht gut. Dann ist der um eins verrutscht. Ist irgendwie blöd mit der Anordnung. So. Ja, very effective. Very effective. Komm, wir lassen es so laufen. Immer noch. Wir leben noch. Hurra, wir leben noch. Okay. Ich will die Welle 3... Oh, scheiße. Ob das was wird. Ich mach mich bereit. Okay. Also. Mage gegen Fern-Kämpfer. Hier ist noch ein Fern-Kämpfer. Auch very effective. Hier sind ganz viele Fern-Kämpfer. Hier brauchen wir Mages hier drüben. Ach, hier ist ein Geist. Aber dann gehen wir hier drüben hin. So. Very effective. Okay. Dann Nahkämpfer gegen Zauberer. Sehr effektiv. Und hier. Das heißt, wir brauchen hier noch einen Nahkämpfer. Ist aber auch sehr effektiv. Dann könnte aber der Berserker hier noch rein. Very effective. Na gut, der war nicht. Der ist effektiv. Wir lassen es mal so laufen. So, nochmal Pause machen. Very effective. Very effective. Very effective. Very effective. Very effective. Jo. Schon wieder. Wie lange geht das dann noch? Wir müssen ja langsam entscheiden, wann ich hier abhaue aus dieser Runde. Hm. Der ist vergiftet, wa? Kann das sein. Die sind alle noch wohl genährt. Ich will auch die vierte Welle probieren. Wahrscheinlich ist mein Fehler jetzt. Okay. Very effective. Very effective. Der steht gut. Der steht perfekt. Wo ist der andere Mage? Der ist hier sehr effektiv. Da ist ein Baum mit 30. Hm. Ich tausche den mal hier aus, weil dann ist er hier effektiv. Der Mage ist hier sehr effektiv. Und die mit dem meisten leben hier rüber, würde ich sagen. So. Ja, bis auf einer ist er nicht so effektiv. Warum greift der Krieger nicht mehr an? Ah, jetzt. Wow. Okay, krass. Und nun? Ah, shit. Der hat nur noch drei Leben, mein Krieger. Wie viele Wellen hat denn das scheiß Ding? Okay, eine noch. Und entweder gehe ich drauf oder ich schaffe es. Also. Boah, hier ist ein fetter Ogre. Da brauchen wir die Zauberer. Wo ist der andere Mage da? So. Jetzt haben wir die beiden. Die sind sehr effektiv. Dann brauche ich jemanden gegen den Fernkämpfer. Am besten mit viel Leben. So, sehr effektiv. So, Schwert gegen Mage. Ja, genau. Sehr effektiv, sehr effektiv, sehr effektiv. Hm, in der Mitte wird es schwierig. Aber ich kann halt nicht alles abdecken. Okay. Scheiße, da hat es ihn gerissen. So, nochmal testen. Effektiv. Überhaupt nicht effektiv. Alle effektiv. Aber er, der Mage. Na gut, der muss hier unten stehen. Ja, passt noch. Du hast meine Kleidung gesehen. Ich habe noch viele weitere. Ja, wie viele Wellen hat denn das Ding noch? Ich frage mich, wie viele da noch kommen. Oder ob ich irgendwann mal abhauen muss. Oder ob ich irgendwann mal die böse Hexe besiegen kann. Ich würde sagen, ich flüchte jetzt. Die haben alle viel zu wenig Leben. Ich gehe raus. Okay, wir haben auf jeden Fall ordentlich was abgesahnt. Magischen Staub. Dann haben wir die Idee für eine Kettenpanzerrüstung. Siehst du, da machen wir uns erstmal richtig stabil. Und dann gehen wir da wieder rein. Ein Dauerportal. Ach, wie krass. Wir können da auch das Portal machen. Nice. Oh, eine richtig fette Rüstung. Geil. Ein Holzschild. Gut, das ist wahrscheinlich von unserem Kollegen hier, den es da gerissen hat. Dann ist hier nochmal der Morgenstern. Noch eine Mütze. Ein Brett. Ein Geld. Ein Blasrohr. Verkaufe ich jetzt direkt. Nochmal magischen Staub. Nochmal magischen Staub. Noch ein Blasrohr. Wird auch verkauft. Eine Spitzhacke. Kannten wir schon. Wir können sie mal mitnehmen, aber wir brauchen sie eigentlich nicht. Und eine Armbrust ist neu. Genau. Wir haben eine Armbrust. Die hat auf jeden Fall auf die Range richtig mehr zerbogen. Also, verkaufen wir dich. Und eine Armbrust können wir jetzt auch herstellen. Also, Dauerportal. Geh die Stimme weg. Und eine gute Rüstung für sowas wie einen Krieger, damit er länger überlebt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.